Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play Scrap Mechanist Ja wir haben das Problem, dass wir hier jetzt den Ankupplungsmechanismus noch ein bisschen verbessern müssen Und ich schaue mal gerade in den Chat, ob da ein paar Leute vielleicht Ideen haben Vielleicht habt ihr ja Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte Ich sehe gerade die Verzögerung ist ziemlich groß im Stream Deswegen muss ich da jetzt kurz mal ein bisschen warten, bis das bei euch ankommt Denn ich sehe nämlich gerade in meiner Vorschau, dass ich gerade noch auf das Teil einhämmer Okay, das ist eine ziemlich große Verzögerung, was ist da los? YouTube, was ist da los? Ich frage YouTube, was ist los? Gewalt ist keine Lösung Ja, man kann es aber nochmal versuchen Nein, das stimmt, Gewalt ist tatsächlich keine Lösung Aber so ein leichter Klaps auf dem Hinterkopf erhöht ja auch das Denkvermögen, ne, normalerweise Fahre ein bisschen nach hinten Ja, das könnte ich eigentlich machen Eigentlich ist das schon eine ziemlich coole Methode hier Aber ich könnte genau, wartet mal, wartet mal, ich sehe gerade, ich sehe gerade, wie ich es machen kann Wie ich es noch besser machen kann Wartet mal Erstmal natürlich die ganze Seite abschlagen Das geht natürlich, ja So, Moment, das löschen wir mal weg, damit es hier nicht noch irgendwelche unsinnigen Physikinteraktionen gibt So, dann machen wir das jetzt nämlich so Ich bin unter dem Wagen, ne Ja, ich war so leicht unter dem Wagen So, jetzt gehe ich auf die andere Seite Da kann ich es besser sehen, ja, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe So Äh Verdammt, es klappt nicht Okay, ich muss doch, haha Ich muss doch nach vorne fahren, ihr habt recht gehabt Wer auch immer das jetzt gerade geschrieben hat Er hat Resht So Auf die Tür, Sesam, öffne dich Da bin ich schon echt zufrieden damit Mit dieser Mechanik Mit der Türmechanik So, Achtung, ich setze zurück Ich glaube, jetzt hat es eingerastet Ich glaube, man konnte es hören Huch Schon wieder draußen hier Schon wieder durch die Scheibe ausgestiegen Was ist denn das immer, Noah? Immer durch die Scheibe raus Aha So will ich das haben So will ich das So, Moment Baba Einmal hier rum Dann Da rum Und dann so rum Und überhaupt dann So Das sieht doch gut aus So, jetzt testen wir das mal Jetzt fahren wir mal nach vorne Mal gucken, ob er jetzt noch nach vorne fahren kann Weil da gab es nämlich auch einige, die gemeint haben Dass die Motoren nicht stark genug sind Um noch Waggons zu ziehen Äh Äh, ja Gerade noch geschafft Fahren wir mal ein Stück Jawoll Er dödzt immer so ein bisschen an beim Bremsen Aber das ist, das ist der Das ist die Toleranz Ja, das ist die Toleranz Die man drin haben muss So Das ist eine, eine Toleranz Das ist eine tolle Ranze So Es klappt, es funktioniert. So, jetzt kann ich auch so weit vorfahren, dass ich in den anderen hinteren Wagen auch noch reinkomme, ne? An meinem kleinen Bahnhof hier, guckt mal. Da, jetzt komme ich auch in den hinteren Wagen rein. Wunderschön und ich steige immer durch die Scheibe aus. Ich sollte echt mal den Fahrersitz ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Aber ihr merkt das schon wieder, ne? Es ist schon wieder leicht lecky. Das ist echt heftig teilweise. Wie schnell das geht. So, jetzt sehen wir nämlich auch, wir sehen, dass das da zum Beispiel nicht passt. Da können wir gleich mal Hand anlegen hier. Das ist irgendwie komisch. So, wir machen hier noch einen Block nach vorne dran. Aber warte mal, ist keine gute Idee, dann könnt ihr nicht mehr in die Kurve gehen, ne? Oder? Weiß es gerade nicht. Aber einen von der Symmetrie her müssen wir hier noch einen Block zugeben. Das ist einfach so. Vielleicht sollte ich erst die andere Seite machen, bevor ich jetzt hier mich zubaue. Passt aber, alles gut. Alles schnieke. Alles top. Man kann von einem Wagen in den anderen gehen. Ist das nicht toll? Das ist so toll. Es ist so schön. Und ich muss dann noch schwarz farben. Die Blockreihe da, die muss schwarz werden. Schwarz wie die Nacht. Kann ich auch so machen hier. Guckt mal. Ha, ha. Wundervoll. Das sieht cool aus. Und man kann sogar, wie es im Zug üblich ist, kann man so ein bisschen so durch die Ritze gucken. Ja gut, beim ICE ist das eigentlich nicht so. Aber diese typischen ICE-Übergänge, die kriege ich nicht hin. Das geht in Scrap Mechanic nicht. Also nicht, wenn das sich an- und abkoppeln lassen soll. Da wird das nicht gehen, fürchte ich. Weil das ist ja auch, im ICE ist das ja auch so mit so einem Schlauch gelöst irgendwie. Mit so Gummi und so. Das kriegt man ja hier nicht hin. Es gibt ja keine dehnbaren Teile. Mach doch eine Durchgangstür. Ja stimmt, das könnte man natürlich noch machen, ne? Aber dann sind es ganz schön viele Türen. Weil die müssen ja auch wieder von beiden Seiten aufzumachen sein. Dann haben wir wieder so viele Türen. Das können wir ja später noch machen, würde ich sagen. Ich wollte noch was anderes machen. Irgendwas wollte ich noch machen. Wartet mal, was hatten wir jetzt alles gemacht? Wir haben oben am Zug die Kante abgerundet. Wir haben den Ankopplungsmechanismus gebaut. Wir haben einen Mechanismus gebaut, der die Türen von beiden Seiten öffnen kann. Fehlt das? Da fehlt doch noch. Irgendwas wollte ich doch noch machen. Irgendwas wollte ich doch noch. Eine Klotür. Überhaupt, ich sollte mal hier in den Waggon sollte ich auch mal Türen einbauen, ne? Höhö. Genau, und ich wollte... Ah ja, genau. Mir fällt es wieder ein. Ich wollte die Fenster höher machen. Ne? Irgendwie sowas in der Richtung wollte ich machen. Habe ich eigentlich hier? Wartet mal. Ist der Waggon... Der ist niedriger, ne? Wartet mal. Ich sehe auch gerade noch was anderes hier. Das muss ich ja auch noch anpassen. Das geht ja so nicht. Das ist ja viel zu hoch. So, das machen wir mal weg da oben. Dann machen wir das so. Und färben das auch gleich schwarz ein. So, jetzt ist das auf der richtigen Höhe auch. Passt. Sieht gleich viel richtiger aus. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie komme ich doch bestimmt da hoch, um... Mal zu gucken, ob die Dächer auf der gleichen Höhe sind. Weil da irgendwas stimmt da noch nicht. Nicht mit den Dächern. Irgendwas ist da noch nicht richtig symmetrisch. Ich finde das auch schade. Und es hat der Wagger auch schon mal geschrieben, dass das schade ist. Dass man nicht einfach jetzt das Design von dieser Lok hier nehmen kann und einfach kopieren kann in ein zweites Objekt. Ja, dass man jetzt nicht... Also jetzt müsste ich die Lok, wenn ich die auf der anderen Seite haben wollte, weil so ein Zug hat ja immer zwei Triebköpfe vorne und hinten. Wenn ich die jetzt da hinten auch haben wollen würde, dann müsste ich die nochmal komplett neu bauen. Das ist natürlich ätzend. Aber ich sehe gerade... Ah ja, wir müssen hier die Abrundung noch machen. Das fehlt noch. Genau, das können wir gleich mal machen. Das können wir gleich mal da reinbauen. Und auch diesen Waggon hier, den würde ich auch eigentlich gerne kopieren. Einfach kopieren und einfügen. So, dass ich zwei davon habe, die ich dann einfach nur anders einrichten muss. Das würde die Sache mit dem Zug deutlich beschleunigen. Dann wäre ich wahrscheinlich schon in drei Folgen fertig oder so. Aber wenn ich jetzt natürlich nochmal einen Wagen bauen will, muss ich ja wieder bei null anfangen, den Wagen zu bauen. Das ist irgendwie... Das ist so ein bisschen doof. Aber ich glaube, deswegen wäre ich auch keinen weiteren Wagen bauen. Weil ich will jetzt auch langsam mal wieder was anderes bauen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt langsam mal mit dem APC auch mal anfangen. Mit dem Aliens APC, was ich schon angekündigt hatte. Aber ich finde Zugprojekt, also das scheint bei euch ja ganz gut anzukommen, so allgemein. Das habe ich so mitbekommen, dass ihr das cool findet. Es ist zwar kein wirklicher Schnellzug, aber egal. Mein Helikopter war auch kein wirklicher Helikopter. Und mein Motorrad war auch kein wirkliches Motorrad. Das ist halt so in Scrap Mechanic. Man fängt an mit einer Idee und dann wird was ganz anderes draus. Dann wird halt ein normaler Zug draus. Spielbär macht die Musikblöcke doch als Musikanlage. Das Ding ist aber, das ist gar nicht so einfach. Man muss da mehrere Blöcke natürlich benutzen, damit eine Melodie rauskommt. Und man muss da irgendwie, um da eine Melodie reinzukriegen, ja so eine Art, also ich habe mir das mal angeguckt. Man muss da so eine Art, ja wie sagt man das, so eine Platte bauen, wo dann Sensoren die Töne abgreifen. Das ist nicht so einfach. Also das kann man nicht so kompakt bauen. Da muss man schon eine größere Anlage bauen, damit man eine Musik erzeugen kann. Mit Melodie und allem und mit Bass und Rhythmus und so. Das ist nicht so einfach. Brauche ich denn jetzt hier den... Egal. Da muss man ein bisschen gucken, wie gesagt. Das ist nicht so easy. Aber vielleicht können wir das mal als Extraprojekt machen. Dass wir uns mal eine Musikanlage bauen. Können wir auch mal machen. Jetzt muss ich dann noch gucken, welche Musik ich dann nehme. Dass ich nicht in Teufels Küche komme. So. Kannst du die Map vielleicht zum Download freigeben? Ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob das sinnvoll ist. Weil das Ding ist nämlich, ich hatte mal einen Dropbox Account, aber der ist jetzt schon wieder geschlossen. Da müsste ich jetzt wieder einen neuen machen. Und ich weiß nicht, ob das über Dropbox Sinn macht. Also, ihr habt mir schon ein paar Vorschläge gemacht, was man nehmen könnte, aber... Ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig. Also... Ich würde es gerne machen, aber möglichst mit einer sehr einfachen Lösung. Möglichst mit einer Lösung, die nicht zu umständlich ist, beziehungsweise die nicht dazu führt, dass dann irgendwie versteckte Kosten auftauchen oder sowas. Ich glaube, ich muss noch mal mit Dropbox-Money noch mal gucken, ob ich das über Dropbox mache. Ob ich mir noch mal dafür einen Dropbox-Account mache. Mal schauen. Mal gucken. Du kannst voll besser bauen als ich. Ach, naja. Ich habe jetzt keinen Vergleich, aber... Ich weiß nicht, ob ich wirklich besser baue. Jeder hat halt seinen Stil so. Beim Bauen. Das ist halt... Jeder macht das halt anders. Ich würde nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Manche haben halt... Ihr Art, was zu bauen. Und ich habe halt meine Art, was zu bauen. So ist das halt. Jeder kann es ja so bauen, wie er möchte. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Ja, deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wenn dann... Leute dann sehr hart kritisieren. Wenn die dann sagen, ja, das sieht irgendwie nicht... Das sieht irgendwie komisch aus, oder es soll anders aussehen. Ich meine, sie können es ja im Spiel, wenn sie das selber haben, das Spiel können sie es ja genauso bauen, wenn sie das anders bauen möchten. Es hält sie ja niemand davon ab, das besser zu machen. Oder anders zu machen. Oder ihrer Meinung nach besser zu machen. Das ist immer sehr witzig. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich schön, wenn die Leute schreiben, dass ich es schön gebaut habe. Ist natürlich auch fein. So. Gleich haben wir hier die Färbeaktion hinter uns gebracht. Huch, jetzt habe ich die Schiene weiß gemacht. Pump. So, schauen wir uns das mal von unten an. Oh ja, 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 ja, ja. Das machen wir mal noch weg hier, das ist sonst hässlich. Ja, 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 guckt euch das doch mal an. Sieht das nicht schön aus? Das sieht so toll aus. Was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr sagen, ihr Leute, die ihr jetzt im Chat zuschaut, würdet ihr sagen, dass ich die Fenster noch eine Etage höher setzen soll und die Sitze auch? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ihr könnt euch damit identifizieren, oder? Mit diesem Vorhaben. Mal schauen. Solche Farbe stinkt bestimmt total. Ja, das habe ich mir auch mal gedacht. Wieso ist da eine Österreich-Fahne auf dem Zug? Was ist das, die Österreich-Fahne? Ist das die Österreich-Fahne? Echt? Ja, stimmt. Das ist die Österreich-Fahne. Okay, ja, ähm, es ist ein österreichischer Zug. In Österreich gebaut. Österreich. In Österreich gebaut. Österreich. So lassen, wie es ist. Höher. Fensterblöcke höher. Nein, nein. Oder nicht. Ja. Nein. Ich bin aus Österreich. Machst du die Türen rot, bitte? Wie lange streamst du noch? So lange, wie es dauert. Sag ich mal. Bleibt so. Nee, nein. Okay, ich würde sagen, also so wie ich das mitbekomme, die überwiegende Mehrzahl scheint dafür zu sein, das so zu lassen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Finde die Fenster gut. Okay. Ihr findet das gut? Dann habe ich natürlich auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Dann lassen wir es so. Dann seid ihr verantwortlich jetzt. Das heißt, wenn sich jetzt in den Folgen jemand beschwert, die Fenster müssen höher sein. Dann kann ich sagen, meine lieben Zuschauer haben das so entschieden. Hihi. Dann kann ich die Verantwortung von mir abwälzen. Das ist schön. So. Ich würde sagen, wir brauchen trotzdem Türen. Und das nicht zu knapp. Wir haben jetzt natürlich hier das Problem, dass wir hier die Wand von der Toilette haben. Die muss ich jetzt mal kurz, die muss ich jetzt mal kurz einreißen. Ja, nur für den Moment. Ich glaube, sonst passt das hier nicht. Ich muss mir nochmal den, den Drehmechanismus angucken. Ich kann jetzt einfach durch den Zug laufen. Warum gehe ich außen rum? Genau. Also Block. Dann diese Teile hier. Die ziehe ich mir mal gleich wieder rein. Fump und Fump. Ah! Ah, mir fällt es wieder ein, was ich noch bauen wollte. Genau. Mir fällt es wieder ein. Mir fällt es wieder ein. Aber dafür brauchen wir sowieso erstmal die Türen. Ich wollte den Mechanismus bauen. Oder ich wollte einen Mechanismus bauen, der dazu führt, dass man vorne im Fahrerhaus vom Führerstand aus die Türen, die hinten im Wagen sind, auch aufmachen kann. Mit einem Knopf. Dass alle Türen auf einmal aufgehen. Das wollte ich machen. Mensch. Das wollte ich doch machen. Jetzt habe ich es wieder. Aber an der Stelle ist die Folge sowieso schon zu Ende, sehe ich gerade. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann machen wir die Türen für diesen Waggon. Und dann probieren wir mal, ob wir diesen Mechanismus, diesen Öffnungsmechanismus, diesen globalen Türöffner, ob wir den hinkriegen. Ich habe da schon eine Idee, wie das gehen könnte. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann. Ciao.